Wir haben 27.08.2022, ich glaube noch 10. Und jetzt wird der ganze Tag bewölkt sein. Weil es bewölkt sein wird, gehe ich nicht mehr weg. Vielleicht habe ich dann ein paar Naturvideos. Ich gehe heute einfach mal an einen anderen Ort. Und schaue, ob ich auch dort so Naturvideos machen kann. Wie mir das hier klingt, mal schauen. Jetzt ist es 10.46, wir haben 27.08.2022.